Liebste Lena, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 22. Geburtstag, wo immer du auch sein magst. Ein neues Jahr ohne zu wissen, wo du bist. So fern, so verschollen, wie ein achter Kontinent, den ich nicht erreichen kann. Oh, Mensch Lena, mach's einfach. Mach's und genieß es. Ich würde bestimmt das Gleiche machen. Sie haben Frau Keller einfach davonziehen lassen. Und das Geld ist nicht mehr auf dem Konto? Lassen Sie mich doch wenigstens... Scheiße! Mein größter Traum war ja immer eine Weltreise, wie bei Jules Verne. In 80 Tagen um die Welt. Einmal auf jedem Kontinent sein. Das möchte ich am liebsten mit dir gemeinsam erleben. Das klappt schon. Ich wollte eigentlich gar nicht herkommen, aber sie hat dir etwas hinterlassen. Hey, du kannst nicht einfach in mein Leben platzen und mir Mamas Tod vor die Füße klein. Was denkst du dir eigentlich dabei? Die Amerikaner sagen, dass sie jedes Land in Europa in einem Wochenende reisen, warum nicht die Welt in fünf Wochen reisen? Bis ganz bald, mein achter Kontinent. hai Ộ Ich wollte es nicht herkommen. Du kannst nicht ihre Sput standen. Ich werde es nicht, dass sie alle Menschen sehren Україnen an, warum sie umこんなetwas to format werden. casi casi kommend Tout gerne sind. Und wirbald verstehen ensemble.